Naburg ist eine Stadt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Naburg. Geografie Die Stadt Naburg liegt im Naturpark Oberpfälzer Wald beiderseits der Nab. Die Altstadt von Naburg erhebt sich westlich der Nab auf einem ca. 200 Meter breiten und ca. 450 Meter langen Bergrücken, der nach Norden bis zu 45 Meter über die Nab ansteigt und gute Verteidigungsmöglichkeiten bot. Bei Naburg beginnt der Pfahl ein 150 Kilometer langer Quarzfelsenzug. In der Umgebung gab es viele Lagerstätten von Fluorid, B. bei Wölzendorf. Die Nachbargemeinden sind Freimt-Guteneck-Altendorf-Schwarzach bei Naburg-Stohlen-Schmidtgaden und Wernberg-Köblitz. Zu Naburg gehören 28 Stadtteile. Hinzuweisen ist noch auf zwei Straßenzüge, die Bestandteil der historischen Altstadt sind, das Lederviertel und die Venedig. Von der Venedig aus erfolgte im 8. Jahrhundert die Ortsgründung am Nabübergang, später die Befestigung der heutigen Altstadt. Geschichte Keimzelle der Stadt war eine frühmittelalterliche Burganlage, die sich im Bereich der heutigen Altstadt befand. Früheste Siedlungsspuren lassen sich archäologisch für den Übergang vom 7. zum 8. Jahrhundert datieren. Für das 10. Jahrhundert ist eine massive Befestigung der Haupt- und Vorburg archäologisch belegt. Seit karolinglischer Zeit war Naburg ein wichtiger Mittelpunkt der administrativen Organisation im östlichen Nordgau. Die Marker Nabüberg, wie sie in Urkunden vom 29. Juli 1040 und vom 13. Februar 1061 genannt wird, erlebte ihre Blütezeit unter der Herrschaft der Diepoldinger ab etwa 1100. Nach deren Aussterben 1146 kam die Naburg wohl kurzzeitig an die Grafen von Sulzbach. Nachdem sie bis 1188 wohl in Reichsbesitz war, kam sie an die Wittelsbacher. 1271 ist Naburg erstmals als Stadt überliefert. Herzog Rudolf bestätigte am 31. März 1296 alle bisherigen Privilegien und verlieh Naburg in Absatz 17 des Freiheitsbriefes alle Rechte der Stadt am Berg. Nach dem Tode des Herzogs fiel die Stadt an Kaiser Ludwig den Bayern, der ihr weitere Privilegien einräumte und sie im Jahr 1317 als unverkäuflich erklärte. Von 1353 bis 1410 war Naburg Sitz eines Wiesedomamtes. Während der Glanzzeit des Bürgertums entstanden die Rechtsstatuten der Stadt die Institutat Zivileihe. Im Jahr 1420 zogen hussitische Truppen plündernd und brandstiftend durch den Ort. Daraufhin wurde die schon vorher begonnene Befestigungsanlage beschleunigt fertiggestellt. Im Spätsommer des Jahres 1433 widerstand die befestigte Stadt einer erneuten Belagerung durch hussitische Truppen. 1536 brannte der nördliche Turm der Stadtpfarrkirche nach Blitzschlag ab. Naburg war bis zu den Verwaltungsreformen unter Manchillas Pflegkamp, besaß ein Pfleggericht und gehörte zum Rentamt am Berg. Im Zweiten Weltkrieg zerstörte kurz vor Kriegsende ein Brandbombenabwurf einen Teil der Vorstadt Venedig um das Gasthaus zur Krone. Durch den Zuzug von vornehmlich heimatvertriebenen Sudeten Deutschen stieg die Einwohnerzahl sprunghaft an. 1961 bezog der Bundesgrenzschutz die neu erbaute Unterkunft am Fichtenbühl im Grenzgebiet zum Eisernen Vorhang in der Tschechoslowakei. Nach Gründung der Tschechischen Republik 1993 befand sich dort bis 1999 die Grenzschutzabteilung 4 Süd. Seither ist in der Liegenschaft eine Außenstelle der 7 Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg untergebracht. Naburg war bis zur Gebietsreform am 1. Juli 1972 Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises. Am 1. Januar 1972 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Brudersdorf eingegliedert. Am 1. Januar 1975 kam Diendorf hinzu. Gebietsteile der aufgelösten Gemeinde Hohentresswitz folgten am 1. Mai 1978. Der Stadtteil Peschen wurde 1122 erstmals urkundlich erwähnt. Er war der Haupttor zwischen Naburg und Pfeim. Beide gehörten zur Pfarrei Peschen. 1216 wurde Pfeim zur eigenständigen Pfarrei erhoben und der Sitz der Pfarrei Peschen um 1420 nach Naburg verlegt. Politik Die Kommunalwahl am 16. März 2014 führte zu folgender Verteilung der 20 Sitze im Stadtrat. CSU Sieben Sitze SPD Sechs Sitze Überparteiliche Wahlgemeinschaft Drei Sitze Aktive Bürgerunion Zwei Sitze ÖDP Zwei Sitze Blasonierung In rot-übersilbernen Wellen, in denen ein blauer Fisch schwimmt, eine silberne Burg mit breitem Turm über Zinnenmauer, an deren Ecken je ein niedriger Spitzbedachter Turm steht. Das Wappen besteht seit dem 14. Jahrhundert. Partnerstädte von Naburg sind Castillon-Glabataille in der französischen Region Gironde und Horsowski-Tyn in Tschechien. Oberviechtach in der Oberpfalz ist seit 1952 Patenstadt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten Die zu großen Teilen restaurierte historische Altstadt Das Rathaus Die gotische Stadtpfarrkirche Sankt-Johannes-Baptist Das Stadtmuseum im Zehnstadl A. Mit Museum der heimischen Tierwelt wechselnden Ausstellungen und Konzerten Die gut erhaltene Stadtmauer mit zwei befahrbaren Stadttoren, dem Mintor im Süden und dem Obertor im Norden Das Pflegschloss und der Pulverturm an der Nordseite der Stadtmauer Das Museum im Schmidthaus Der Teufelsschuh an der nordwestlichen Stadtmauer am Obertor Die Friedhofskirche Sankt-Georg mit dem Storchennest Die spätgotische Kirche Sankt-Laurentius von 1489 Die 1911 dem Verein der Protestanten Abbergs überlassen wurde Der Vorgängerbau dürfte die Burgkapelle gewesen sein Die romanische Nikolauskirche im Stadtteil Venedig Vermutlich aus dem 12. Jahrhundert Das Storchenbiotop östlich der Autobahn Das Naherholungsgebiet Altenab Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusat Peschen mit regelmäßigen Aktionsstagen Zumeist sonntags Der Kana in Peschen Siehe auch Regelmäßige Veranstaltungen Tonart Musikfestival und mittelalterlicher Markt Jährlich wechselnd Kleinkunst im Schmidthaus Streetfighter-Treffen Vodpop Rockkonzert Brünnerit Wirtschaft und Infrastruktur Unternehmen EMZ Hanauer Elektrotechnikhersteller Naherburg liegt an der A93 Anschlussstelle Naherburg Einige Kilometer westlich von Naherburg liegt die Anschlussstelle Naherburg-West der A6 Die beiden Autobahnen kreuzen sich im nahegelegenen Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald Der Bahnhof wird regelmäßig von Zügen der Bahnstrecke Regensburg-Oberkotzau bedient In Schwandorf hat man Anschlussmöglichkeiten nach Kamm und Nürnberg Früher zweigte hier die Bahnstrecke Naherburg-Schönsee ab Naherburg ist neben Sulzbach-Rosenberg der zweite Ausbildungsstandort der 7. Bereitschaftspolizeiabteilung Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne des Bundesgrenzschutzes am Fichtenbühl wurde eine der neuesten und modernsten Unterkünfte der bayerischen Polizei errichtet Hier wird ein Teil des Nachwuchses für den mittleren Polizeivollzugsdienst ausgebildet Darüber hinaus finden dort Fortbildungsveranstaltungen der bayerischen Polizei statt Söhne und Töchter der Stadt Burjati, von Halberstadt, Bischof von Halberstadt Peter Gollwitzer, Motivationspsychologe erhielt 1990 den Max-Planck-Forschungspreis Michael Haller, Kirchenmusiker Wolfgang Hesel, Fußballprofi Johann Franz Liedmann, Barockmaler, Werke in Peschen, Neunaygen und Niedermurach Christoph Louisbl, Kunstschreiner der Rokoko-Zeit, schuf unter anderem die Kanzel in der Kirche zu Neunaygen 1790 und arbeitete des Öfteren mit seinem Bruder Johann Michael Louisbl, der in Brook bei Roding wohnte, zusammen Johannes Rieckl, Stadtmaurermeister erbaute 1788-1790 die Kirche zu Neunaygen, Rolf Stahlhofen, Sänger der Gruppe Söhne Mannheims, Andreas Weiß, Begründer einer bedeutenden Orgelbauer-Familie in der Oberpfalz des 18. und 19. Jahrhunderts, Personen, die mit der Stadt in Verbindung stehen, siehe auch Liste der Ehrenbürger von der Burg Karl Schmitt-Wolf Ratzhausen, Künstler, Xaver Fuhr, Künstler 1943 zu 1950 in der Burg